Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist vom Ergebnis her recht enttäuschend in die U21-Europameisterschaft diesen Jahres gestartet, denn zum Auftakt gab es für den Titelverteidiger nur ein 1 zu 1 gegen Israel. Das Spiel möchte ich jetzt einfach mal im Folgenden analysieren und generell habe ich vor, so ein bisschen das Turnier mit der deutschen Mannschaft zu begleiten hier auf dem Kanal und halt je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe, zu den einzelnen Spielern Videos zu bringen. Am besten natürlich so lange wie möglich bis ins Finale, aber mal schauen. Für ein mögliches Finale bräuchte man dann aber von der Leistung her doch noch ein bisschen mehr, wie jetzt im Auftaktspiel gegen Israel gezeigt wurde. Klar, die Ansätze waren auf jeden Fall stark, aber alles in allem betrachtet war es dann doch zu wenig. Wenn wir das Spiel jetzt mal von vorne betrachten, dann hatte die deutsche Mannschaft einen extrem guten Start, gab direkt in der ersten oder zweiten Minute den Elfmeter, den Kevin Schade rausgeholt hat. Moukoko verschießt leider, stark gehalten vom Torwart, wird leider nicht das erste Mal bleiben in dem Spiel, aber wenn wir jetzt mal in der Chronologie bleiben, dann hat die deutsche Mannschaft trotzdem gut weitergemacht, hat sich weiter Chancen rausgespielt, wenn auch nicht allzu viele. Dennoch war Israel immer gefährlich über Konter und so war es dann halt eben in der 20. Minute der Fall, dass die Israelis über einen Konter zum Torerfolg kamen. Und generell wollte ich ohnehin noch was über den Gegner sagen, egal ob Deutschland jetzt gewonnen oder verloren hätte, beziehungsweise wie in diesem Fall unentschieden gespielt hat. Denn Israel wird auf jeden Fall sehr stark unterschätzt. Denn für mich ist es wirklich eine sehr starke Gruppe mit Deutschland, England und Israel, muss man hier eben auch mit erwähnen. Die waren in der Qualifikationsgruppe eben für dieses Turnier zweiter hinter Deutschland, haben das erste Spiel gegen Deutschland 2 zu 1 geführt und Deutschland hat es dann noch gedreht in der 89. und 94. Minute. Und auch das zweite Spiel war man eigentlich ziemlich auf Augenhöhe und hat nur knapp 1 zu 0 gegen Deutschland verloren. Zudem war Israel die letzten beiden Ausgaben der U20-Weltmeisterschaft jeweils im Halbfinale. Und gerade bei der vergangenen, die ja glaube ich nicht mehr einen Monat her ist, war man halt eben auch im Halbfinale, ist am späteren Sieger Uruguay knapp gescheitert. Und da war eben auch der ein oder andere Spieler hier dabei bei diesem Spiel, wie eben zum Beispiel Turschemann, der dann eben letztendlich das 1 zu 0 erzielt hat. Und die Vorlage kam vom absoluten Starspieler von Israel, nämlich Oskar Kluch. Der spielt seit dem Wintertransferfenster bei Salzburg, ist da eigentlich mehr oder weniger gesetzt als Spielmacher und hat dann halt eben auch hier den langen Ball gespielt auf Turschemann, der das 1 zu 0 erzielt, nachdem er Bissek, der zum deutschen Kapitän ernannt wurde, komplett auseinandergenommen hat und dann halt eben cool eingeschoben hat. Die deutsche Reaktion darauf war aber gut, man ist ruhig geblieben, hat einfach sein Spiel weiter durchgezogen und ist dann auch recht schnell zur Antwort gekommen, nämlich sechs Minuten später war es ein Freistoß, den Stiller gut reinflankt und Bissek verlängert den dann eben ins Tor mit einer guten Wucht, sodass der Torhüter keine Chance mehr hatte. So stand es dann halt eben 1 zu 1. Von Israel kam eigentlich gar nichts mehr, auch über Konter nicht mehr wirklich. Und so war es dann eben Deutschland. Oft mit Distanzschüssen muss man halt auch sagen, wirklich klare Chancen hat man sich selten herausgespielt. Aber auch hier haben sich zwei Trends fortgesetzt. Zum einen der Torhüter, der hier auch stark parieren konnte mehrmals und dann halt eben auch, dass Moukoko weiter unglücklich in seinen Aktionen blieb. Denn so war es ein Distanzschuss von Wagnumann, der dann eben im Tor eingeschlagen ist. Allerdings stand Moukoko eben im Abseits, im Sichtfeld des Torhüters, weshalb das Ganze nicht gezählt hat. Allerdings war das nicht alles in der ersten Halbzeit. So gab es in der 45. Minute noch ein Foulspiel von Israel, was dann eben zur gelbroten Karte von Karshev geführt hat. Meiner Meinung nach sehr, sehr hart vom Schiedsrichter. Also die gelbe Karte zunächst war gegen Kevin Schade, der einige Fouls gezogen hat, richtig stark mit seinem Tempo. Die war berechtigt, aber die zweite gelbe, okay, es war ein Foul, klar. Aber ich meine, der Rasen ist nassrutschig, er rutscht da ein bisschen rein. Kein bisschen eine böse Absicht. Für mich ist das nie im Leben eine gelbe Karte und erst recht nicht gelbrot, wenn er schon eine gelbe hat. Also das war auf jeden Fall sehr hart. Aber die deutsche Mannschaft konnte das nicht wirklich ausnutzen, denn so hatte man in der zweiten Halbzeit zwar deutlich mehr Kontrolle, auch weil die Gegner natürlich in Unterzahl waren dann. Aber wirklich krass gute Chancen hat man sich dann nicht mehr herausgespielt. Die beste hatte noch Mukoko, der halt eben auch am Tor vorbeigeschossen hat. Wieder sehr unglücklich, tut mir auf jeden Fall sehr leid für ihn. Und ansonsten war es dann halt eben ein erneuter Elfmeter. Dieses Mal war es eine Flanke von Netz. Cohen, der Innenverteidiger von Israel, geht da mit dem Ellenbogen so ein bisschen ins Gesicht von Kraus. Ich finde, man kann es natürlich geben, aber allein mit der Vorgeschichte, mit dem ersten Elfmeter, den man auch geben kann auf jeden Fall. Dann die gelb-rote Karte, die deutlich zu hart ist. Und dann so ein Elfmeter, wo er halt im Klärungsversuch den Gegner unbewusst foult mit Tom Kraus. Finde ich ein bisschen hart. Aber natürlich kommt es, wie es kommen muss. Der eingewechselte in Gang kam, verschießt eben auch. Peretz hält seinen zweiten Elfmeter und krönt seine überragende Leistung in dem Spiel. Also an dem war wirklich überhaupt kein Vorbeikommen. Und der hat gezeigt, was er drauf hat. Ist ja ohnehin als Elfmeter-Killer bekannt und er wurde seinem Ruf mehr als gerecht in dem Spiel. Taktisch gesehen war es eigentlich von beiden Teams ein Matchplan, der durchgezogen wurde. Bei Israel halt eben das 5-3-2, was dann später zum 5-3-1 wurde, wo man halt eben Tiefstand und generell nur auf Konter gesetzt hat und jetzt nicht wirklich viel im eigenen Ballbesitz kreieren konnte. Bei Deutschland hingegen war es rein nominell ein 4-3-3, wie ihr es hier auch sehen könnt, mit Hussein Basic eben auf links außen. Allerdings hat es sich im Ballbesitz schon deutlich verschoben. Dann war es nämlich zum einen ein Dreieraufbau aus Wagnumann rechts, Bissek, Zentral und Matriciani links in der Dreierkette und eben Keitel als zentralen Aufbauspieler davor. So hatte man immer einen klaren 3-1er-Aufbau, wobei die äußeren Innenverteidiger auch des öfteren mal höher geschoben haben, sodass man da einen 1-3er-Aufbau hatte oder vielleicht auch einfach mal die Form einer Raute, während Luca Netz als Linksverteidiger dann meist in die letzte Kette vorgeschoben ist und die Breite gegeben hat, während auf der anderen Seite schade für die Breite verantwortlich war, wobei ich den gerne ein bisschen zentraler gesehen hätte, ehrlich gesagt. Des Weiteren waren Kraus und Stiller extrem hoch positioniert, muss man sagen, haben sich mal fallen lassen, aber grundsätzlich waren sie extrem hoch und so hat man dann halt eben auch mit Hussein Basic, der im Ballbesitz nach innen gezogen ist, die letzte Kette von Israel überladen, denn bei hohem Ballbesitz hat man dann halt eben mehr oder weniger ein 1-3-6 gespielt, mit sechs Spielern in der letzten Linie von Deutschland. So konnte man dann halt eben eine Überzahl schaffen gegen die 5er-Kette von Israel. Mir persönlich hat das Ganze jetzt nicht ganz so gefallen, mir hat so ein bisschen der Kreativspieler gefehlt, dem man halt auch leider nicht im Kader hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ein Wirtz wäre da zum Beispiel Gold wert, aber ich hätte persönlich besser gefunden, wenn zum Beispiel ein Stiller ein bisschen tiefer gespielt hätte, weil der hat auf jeden Fall das Passspiel und der hat noch am ehesten das kreative Element, was jetzt ein Keitel auf der 6 zum Beispiel nicht hat und der ein bisschen tiefer hätte, glaube ich, ein paar gute Bälle nach vorne spielen können, ein paar bessere Szenen kreieren können, aber ich glaube, viel mehr hätte er jetzt auch nicht rausholen können. Da fehlt uns halt einfach so ein bisschen ein Spielertyp. Das kann man so jetzt nicht unbedingt kaschieren und muss das dann halt über andere Tugenden regeln, aber alles in allem bin ich trotzdem positiv gestimmt für die weiteren Spiele. Zum Glück ist das nächste Spiel erstmal gegen Tschechien. Klar muss man auch erstmal gewinnen, aber wenn man es gewinnt, hat man eine solide Ausgangslage, um dann halt eben in das letzte Gruppenspiel gegen England zu gehen und da dann hoffentlich auch noch zu gewinnen. Es wird dann spannend zu sehen sein, mit welchem Personal, denn im Sturm zum Beispiel, im Sturmzentrum, hat man jetzt Mukoko und den Gangkamm ein bisschen verbrannt bei den Elfer verschossen. Man hätte noch Vibe als andere Option oder man gibt ihnen halt nochmal die Chance, um es halt besser zu machen. Allerdings haben die jetzt schon so ein bisschen einen Knick im Selbstvertrauen, was aber auf keinen Fall die rassistischen Diskriminierungen gerechtfertigt, die sie halt eben nach dem Spiel leider wieder einmal erfahren mussten. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, gehört klar verurteilt, einfach nur dumm und ja, das soweit mein Beitrag zum Spiel der U21 bei der Europameisterschaft gegen Israel. Was sagt ihr zum Spiel? Könnt ihr noch was ergänzen oder seht ihr was ganz anders? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!